Guten Tag meine Freunde Ich weiß nicht inTION Damit mein Vad dealer So Leute, was geht ab? Wir feiern die ganzen know round Was geht ab? Auf jeden Fall. Drehen wir heute einen FIFA 1 gegen 1 SPECIAL 14 1.06 3 1.8 3 Hallo Wird extrem krass Ihr fragt euch bestimmt, warum der Bart nicht da ist. Der ist im Urlaub. Der hat hier gerade sein Bart. Nein. Wir schalten mal rüber, zieh! Einmal rüber schalten! Schalten wir mal rüber! So sieht das Ganze aus. Ich bin hier am Shisha rauchen und werd gleich ins Wasser gehen. Ich hoffe, man versteht mich, weil die Musik ziemlich laut ist. Und da sind wir auf, Zumbia! Oh, oh Marcelo. Oh Marcelo, mein Freund. Hallo, Moussa, Telefon. Oh, Marcelo, zuhause? Zuhause, komm uns die Bauchstelle. Oh, Marcelo, Freund. Ich habe frei. Komm rum, wir spielen eine Runde Fifa. Komm, wir spielen eine Runde Fifa. Kommst du, Marcelo, wir spielen eine Runde Fifa. So, welcher Freund von euch will, gegen mich Fußball spielt, oder was? Oh, Marcelo, mein Freund. Ja, guten Tag. Moussa, du Samenspender, wie geht's dir? Wie geht's, mein Freund? Sag mal, was, bist du mir aus Bauchstelle gekommen, oder was? Frei, frei, frei. Ich bin sofort frei gegeben. Willst du viel was kommen? Ja. Ja, das wachst du mir nicht. Eine Runde mit Real Madrid. Na, komm, wenn du mit PSG, oder wie die erste Mal nicht fällig mit probier. Ja. Eine Freundspiel, ja? Was für ein Spieler? Bin ich mal ganz ehrlich. Kein Team und dann sowas. Ich nehme Ronaldo. Wen nimmst du? Du kannst doch keinen eigenen Spieler nehmen. Du musst eine Mannschaft nehmen, du voll aus. Der macht tschuuu, wie bei ganzen Spielfeldern. Macht einen Goal. Ist das ein Flugzeug, oder was? Kannst du dich richtig Deutsch, oder was? Oder warum redest du? Kommt von Kosovo. Wachst du auch, du? Meine Brüder von Kosovo, Jero, ne? Machst du deine Mannschaft, ja oder nein? Ich schwöre dir. Tu Ramos von den Sturm rein. Drei Tore. Ich bin jetzt mal ehrlich. Ich sehe von hier gar nichts. Aber es ist mir scheißegal. Spielen, Arschloch? Ey Jungs. Ja. Wie eine... Das ist ein Bild. Aber schieß mir aus. Schört oder was? Sag mal Moos. Sag was denn? Sag mal Onkel Moos. Onkel Moos. Ich bin Jay Zetatruz. Eine wunderschöne Tore. Jungs, ich muss das Spiel eigentlich abbrechen, weil ich nichts erkenne von dieser Position hier. Onkel Moos. Ohhhh. Diesen Ronald nix normaler. Fünf Mal hintereinander. So. Jetzt wollen wir mal diesen Moos allein hier. Fertig mal. Pläne Spiele. Fertig mal. Fertig mal. Ohhhh. Oh, dieser Arschloch. Benna, Benna, Benna. Ernst? Christiano, bin für meinung. Ich sage nur. Benna. Du, du faule wie eine Stiere, ja? Stiere an Kommando vom Kolin, oder was? Oder wie wir nach einem Gramm Koks, Stiere an Kommando... Oh, oh, oh. Guckst du, guckst du Tor? Guckst du, guckst du. Guckst du. Guckst du. Oh, go. Guckst du. Guckst du. Erzähl zu diesen Leuten, ja? Wo wir uns kennengelernt haben, oder was? Mein Abonnent. Ich habe ja auch 100.000 Abonnenten. Also das ist jetzt eine ganz spontane Frage. Muss ich jetzt auch mal spontan antworten. Wo wir uns kennengelernt haben. Auf der Baustelle, du Spinner. Wo soll man dich sonst kennenlernen? Da so einen Ziegelstein hast du runtergeschmissen, du Spinner. Auf meinem Fuß. Aber erzähl zu diesen Leuten, welches Land du komm. Du, ich komm eigentlich ursprünglich aus Bulgarien. Du bist so ein Spinner im USA. Ja, ich sag sie ganz ehrlich. Onkel Musa, scheiß Greg Genosa. Musa, ey, du bringst mich jetzt. Schau. Oh, man, Jane, man, Jane. Ich sag's dir, wo du sein kannst. Das Land hier. Bist du Schwerze oder was? Was schießt denn da? Was fraust du hier? Ich bin doch voll. Sag mal, was schießt du da? Ich schwör'n hier? Was du schwörst? Ich schwör' den ganzen Tag um. Eine, zwei, zwei, zwei. Ein, zwei, zwei. Ein, zwei, zwei. Genau, genau. Von der hab ich geschossen. Hat nicht so geklappt So, zweite Halbzeit oder was? 1-0 Ich schwöre, du hast eigentlich geübt Oh oh, jetzt wird es brenzlig, Musa Fährst du mich noch einmal am Kopf an? Reiß ich dir deinen Kopf raus So, ich kriege die Krise Shiri, ich schwöre dir, du Huren- Dieser Motress von Kroatien ist keine normale Roboter 1-1, natürlich, du Spinner, hast du ein Glück? Weiter oder was? Ja, aber nach Lieder Echt ein Dumpfdürdel, ne? Yo, der ist drin, der ist drin, sehe ich jetzt schon Doch, nicht Du bist so eine verrückte Hunger Ich sehe nur schlecht, das sage ich dir Wenn der jetzt reingeht Ich brauche dir einen, du Fresse, Junge Jo, ganz klar, sicher Ruhig, jetzt mal gespülen, ganz ruhig Oh, Arschloch Ey! Ha 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 Ey! Paul! Ey, das war mein Herz Dieser Arschloch, Arschloch, mein Herz Deinen Namen Oh, du guckst, ne? Oh, du guckst, ne? Dieser Arschloch Oh wohne Cookie Lu sailing, das sage ich dir Du Arschloch, Arschloch Macht da jemand Cookie note, Spinner? Was war denn nicht geworden? Bist du im Bildert oder was? Das weißt du nicht. Oh du, ich kann doch einfach nur mal sprechen. Ja, ja. Du, dann sprech wie bei einem Elfmeter, was stinkt noch mal. Oh! Hier, Junge, jetzt mal du Spinner. Macht da jemand einen Guckilucki? Da guckst du einfach mal hinter den Ball her, ja? Einfach schießen, Alter. Ey, das war so groß, ne? Das ist nur fair, das ist nur fair, wenn die jetzt verschießen, das ist nur fair. Das ist ganz fair, ganz normal fair, ne? So! Hab ich gewonnen, oder was? Ich hab ihn, Alter, ich hab ihn. So, der muss rein, hab ich gewonnen, oder, ne? Ey, was muss man so hoch? Schalalalalala, schalalalalala, ah! Sorry, um! Das war unser albanisches Fußballspiel. Da ist ein Albaner geworden, ne? Das schlie, das schlie, sagt er die ganze Zeit zu mir auf der Baustelle. Das schlie zurück, Argon! Das schlie, das schlie, huuuh! So, Leute, ihr wisst, wer der King in FIFA ist? Alle, die gegen mich spielen sollen, rollen! Können wir bei Instagram enden? Instagram enden! Können wir bei Instagram gegen mich spielen? Das ist gar kein... Ey, Alter aufs Herz, Elfmeter schließen, zählt ein kurz. Alter aufs Herz, ja! Du hast geschuppelt, du hast die ganze Zeit aufgeguckt auf meinen Dings. Du hast geschuppelt, du hast die ganze Zeit aufgeguckt auf meinen Dings. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wenn ihr mehr solche... Also, wie hat das jetzt gefallen? Wie hat das gefallen? Wie hat das gefallen? Ich will einmal sagen, ne, wie hab ich FIFA gewollt. Ja, wir können zweimal, dreimal spielen, wenn jedes einzelne Spiel geht. Leute, wenn ihr Bock habt, dann lasst doch einfach mal ein Like, ein Kommentar und ein Abo, wenns geht. Ja. Und wenn ihr nicht wollt, dann habt ihr ein Pech gehabt. Leute, wir sehen uns beim nächsten Video. Peace out!